das ist auch schon darüber gelangt ich habe immer gesagt die machen von Angst mehr habe ich nicht gemacht nur Kupferne die vollwitzig und du ich finde ich das so wie so ja 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 los bitte oh ja dann bin ich alleine dann das spielt plötzlich diese Kursi Musik und ich hab voll Schiss weil ich nicht weiß wer kommt die Europäer und geht nicht hat um an auch werden das ist so wie man und karte wird wir könnten ja auch wieder über dieses Fendi und was du für der Kopf ist das Problem gemacht hast das ist falsch ja es ist doch es ist nicht nur Kürz 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 das ist das bei sie ist das was gemacht ich weiß nicht nur wo ich ihn aufgestellt habe ein ich werde sterben ich hatte wieso viel Angst Kürz sauber ist perfekt nein besser ja naja ha Pasi ich hab das gerade viermal lang gemacht sauber ja und der Sprung und der Sprung ja komm Mist 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 Ey Pasi Ja Mist Hattest du nicht eigentlich auch mal ein Video gemacht als wir äh bei Minecraft unsere Welt dann zerstört hatten? ja das ist auf deinem alten Kanal ne? suche ich jetzt Mann und da ist es wow Pasi kannst du das mal lassen? ich hasse das das geht auf den Sack das geht auf den Sack und das ist creepy 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 ah Mist What the fuck was ist das denn? nein Pasi kannst du das mal lassen? es geht mit ziemlich auf den Sack was ist das denn? krass was das Blumen des es ist das das was ist das? es ist das ich wünschte ich könnte es sehen ey ja wenn man das weil man Geräusche auch sieht ne oder hören das ist eine Aufnahme Nein Was hast du für die Scheiße geworfen? Hier liegen um die 80 Schallplatten oder so Alter Das ist nicht so toll Und die sind alle, die kann man nicht stecken, oh mein Gott Oh mein Nein Obdor eingesammelt Kannst du nicht ausführen? Kannst du nicht ausführen? Kannst du nicht ausführen? Naja Aber ich bin im Game Mode Da kann das in der Fall noch und noch was wissen Ha Ja, komm schon Okay Eigentlich müssen wir bald auch mal wieder oder sie aufnehmen, oder? Okay, ich glaub... Wieso schaffe ich denn nie? Hier ist ein Skill Ey Flo, ich kann nicht auch noch mal darin hin, dann kann es aufgehen Ja, ja, ja Pasi Kannst mal Tat machen Pasi Pasi, jetzt mach Tag! Ja, kommt die doch nicht an Ich hatte gesagt, okay Ja, aber erst noch nachdem wir nachdem du gesagt hast, nein Wie gesagt, nee Okay Ich hab grad voll Bock auf Suppe Es ist mir noch Schmerz Ich schaff das noch in dieser Aufnahme Ja, sicher Nein Nein Wie lang soll die Aufnahme eigentlich gehen? Also nicht Solange ich brauche Oh Gott Nein, du machst es jetzt bestimmt, dass gleich und dann Es ist vorbei Glaubt das ruhig Ey, dieser zweite Sprung wäre ja nicht, ne, dann Wär schon alles vorbei, ne? Wär schon nix alles vorbei Boah, wer hat sowas erfunden, ey? So nicht Die sind Sprung, ja nicht, ne Wär dann überhaupt, überhaupt Adventure mit fatto Ich hab nicht die allererste Adventure Mit Dahl ist Hamm'gam Natürlich von hat zu essen aber auch haben für haare das war HH doch sie ich habe mich verständlich liegt am Boden ich lache und schreibt aber ich kann in der Nähe das ist so ein Grundschuld und Witzel die jetzt versprochen Echt ihr vor allem waren der letzte Sprung die vorletzten Prozent Passika zieht sie sich einfach auslassen Du hast mich heute schon genug genervt, mit deinem Glas zu stören und was weiß ich noch und dann nicht sprechen. Wieso ist der letzte Sprung so scheiße? Wieso ist der zweite Sprung so scheiße? Der Rest ist sehr cool, aber... Hey, spricht man das Hamachi oder Hamachi? Hamachi. Hamachi. Klingt voll kacke. Irgendwie schon. Hamachi klingt hier besser. Das heißt ja auch Tom Weider und Tom Weider hat sich aufgewässern. Tom Weider. Tom Weider. Tom Weider hat sich viel besser. Hamachi. Schon, ne? Ein bisschen. Und ich werd dieses Jahr irgendwie voll gern auf die Gamescom gefahren. Tja. Meine Schwester meint auch, da wären noch Tickets. Toll. Kannst du welche holen? Ich dachte, die wollte dir welche holen. Letzter Sprung. Pasi, wie soll ich angehen? Ja, ich hab's geschafft! Ja, endlich. Endlich. Ja, das war eigentlich lustig. Das war eigentlich lustig. Das war nicht so schlimm. Ja, dann sehen wir uns bei Level 5. Das war sogar angenehm. Dann sehen wir uns nächstes Mal bei Level 50. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich willkommen, Leute. Willkommen bei Let's Play Minecraft Event Map. Ja, wir sind hier Level 50. Ja, und wie man auf dem Schild lesen kann, weiß man nicht, wo man hinspringen soll, außer Pasi, der weiß das natürlich. Loll. Voll öde. Wohin jetzt? Wohin jetzt? Hey. Hey. Finds heraus. Finds heraus. Ich ticke jetzt gar nichts. Warte, ich guck mal, ich guck mal. Auf jeden Fall nicht an die Leiter. Hier ist ne Leiter. Wo? Hier, aber ich glaub nicht, dass man da hin muss. Ja, das ist aber die... Hier ist ne Leiter, hier. Alter. Ne, ja, da muss man dran. Oh Gott. Alter, ist das kacke. Ich schaff's dann nochmals auf diesen Scheißblock. Puh, Mann. Voll wie in die Action hier. Mist. Nup, nups. Och. Nein. Ey. Ja, jetzt wird schon wieder hart getrollt, ey. Boah, ey. Boah, ey. Irgendwie läuft das gerade nicht flüssig bei mir. Ist sogar auch von da gesprungen. Mir auch gerade nicht so wirklich. Ist voll ein bisschen unflüssig, ne? Aha, so ein wenig. Bei mir läuft alles easy. Ja, endlich. Freut sich, dass er da hingeschafft hat. Ja, erste Mal. Nein, ich hang dran. Okay, der Sprung ist auf jeden Fall machbar, die Leiter. Boah, ey. Mann. Boah, ey. Boah, ey. Boah, die gibt mir jetzt schon auf den Sack. Sandra, halt die Klappe. Boah, ey. Boah, ey. Nein. Boah, ey. Weißer weiß ich nicht. Du Arsch hast mich verlassen. Oh, komm, René, spring jetzt. Ich darf wohl springen. Halt Maulwitz, oh, René, halt bitte. Hast du es hier patentiert? Hast du es hier patentiert? Bitch. Ja, ja. Oh, abgerutscht. Mann. Ey, ich sehe das schon. Ich sehe das schon. Ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht. Ich... Ein... Äh... Ja, René, da war es wohl doch nicht so schlimm, dass ich mich gefreut habe, dass ich mich da drauf gesprungen bin, ne? Ja, nein. Boah, ey, kackt mich das an. Das wäre gerade auch passiert, quasi mit Mona. Ja, endlich. Der Sprung danach ist noch gemeiner, ne? Die sind wahrscheinlich alle gemein. Boah. Voll die Fieslinge, die Mom ein. Da steht ja auch... Oh, das ist einfach possible. Hier steht auch so hartnisch auf das... Ja, nein. Ich stelle auch drauf. Der hartnisch auf das Level was nerfed a lot. Ja, ich kack mich jetzt schon aus der LK. Okay, jetzt läuft irgendwie wieder flüssiger Minecraft. Das ist mir ein Schnupper. Sehr flüssiger. Nein. Boah. Ey, zum Glück ist dieses Level gar nicht einträglich. Ey, zum Glück ist dieses Level gar nicht einträglich. Ist das nicht irgendwie jedes Level? Ja, ich hab... Oh. Boah. 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 Ey, wie Asi. Ey, wie Asi. Ja, ich hab's geschafft. Ich, da, so war das bei mir gerade auch Pasi. Ja, 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 ho. Oh nein, sowas hast ich. Oh, ja. Alter! Wohlhin? Hier oder da um die Le... oder hier auf die Leiter. Warte, 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 ich guck, ob man hier irgendwo dann weiterkommen könnte. Äh, also nicht, nicht hier, nicht auf die Blöcke, auf die Leiter muss. Da ist auch ein Schild, da steht bestimmt. Hahaha, ich hab's nicht nur falsch, hier geht's gar nicht lang. Ja, da ist ein Schild, das zeigt in die Richtung hier. Oh, geil. Florian, mach das jetzt, hab ich gehört. Da. Von wem hast du das gehört, der liegt anscheinend. Von wem hast du das gehört. Oha, wie Asi. Ey, der Schwung ist scheiße. Boah. Von wem hast du das gehört. Ja, ja, ja. Hahaha. Er ist so so. Boah, ey, ich hab' nichts gesehen, wegen deinem scheißgrünen Körper. Ja, ich seh' mein Körper ja noch mal, dass er das... Oh. Ey, du warst gestern im Fernsehen. Schwör? Hab' ich die Rolle, hab' die das, hab' die den Film geteilt? Ja, nein. Also ich musste hart für die Rolle kämpfen, also. Ich hab' ja an der Leiter. An der oberen, wo du gerade drin bist. Boah! Ey. So. Quiii. Piii. Piii. Pasta. Jaaa. Wenigstens ist jetzt diese scheißmusik da nicht an. Boah, ey. Ich weiß noch, gestern die... Äh. Diese große...